Klett Augmented – Scannen, Lernen und Entdecken Lernen Sie Klett Augmented kennen. Die neue Funktion ist ideal für Unterrichtende und Lernende. Mit der kostenlosen App können Sie alle Mediendateien zu Ihrem Lehrwerk direkt auf dem Smartphone oder Tablet abspielen. Jederzeit und überall. Ob im Kursraum, zu Hause oder unterwegs. Dazu benötigen Sie nur Ihr Lehrbuch, ein Smartphone oder Tablet und die neue Klett Augmented App. Und so einfach geht's. Installieren Sie die Klett Augmented App auf Ihrem Gerät und öffnen Sie die App. Starten Sie jetzt die Bilderkennung und wählen Sie Ihr Buch aus. Die Daten zu Ihrem Titel werden automatisch geladen. Zum Laden der Daten ist eine Internetverbindung notwendig. Am einfachsten geht es mit einer WLAN-Verbindung. Halten Sie Ihr Gerät über eine Seite im Buch, auf der Mediendateien vermerkt sind. Die App scannt nun die Seite und sofort erscheinen die passenden Mediendateien abspielbereit auf Ihrem Bildschirm. Mit einem Fingertipp starten Sie Hördateien. Und was ist das? Ein Herz. Ein Herz? Das ist kein Herz. Und Videos. Was ist das? Nein. Auch Links lassen sich direkt öffnen. Sie können sogar mehrere Buchseiten nacheinander scannen. Mit dem Scrollbalken rechts unten wechseln Sie ganz einfach zwischen den Mediendateien. Wollen Sie die Dateien offline nutzen? Kein Problem. Mit einem Tipp auf den Download-Pfeil speichern Sie die gewünschten Inhalte auf Ihr Gerät. Dann können Sie diese in der Rubrik Meine Inhalte offline nutzen, verwalten und wieder löschen. Das ist praktisch, wenn zum Beispiel im Kursraum kein Internetzugang verfügbar ist. Wenn Sie viele Dateien gespeichert haben, suchen Sie einfach nach einem Stichwort oder markieren Sie Ihre Favoriten. Entdecken Sie Klett Augmented jetzt zu vielen Lehrwerken. Alle Informationen finden Sie unter www.klett-sprachen.de slash augmented